Die Aufnahme ist halt wesentlich besser hier, wie alles, was wir sonst erlebt haben. Auch mit den ganzen Geräten, die ihr hier habt, habe ich bei uns selbst in Deutschland oder in der Schweiz noch nie gesehen. Dann haben wir die Kostenvoranschläge, ja, ich habe die in der Schweiz machen lassen. Das, was wir hier gemacht haben, muss ich sagen, vom Preis her sensationell. Ja, in der Schweiz kostet für mich das 40.000 Euro Franken. In Deutschland 25.000 Euro. Hier habe ich bezahlt 12.500 ungefähr. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.